Mehr als zwei Millionen Menschen engagieren sich deutschlandweit ehrenamtlich in evangelischer Kirche und Diakonie. Im Schnitt sind sie 13,4 Stunden im Monat tätig. Also für die Kirchenmusik engagiere ich mich schon seit 17 Jahren. Fragen habe ich immer noch. Wir sagen Danke und stärken Ehrenamtliche mit Wissen und Beratung. Auf gemeindemenschen.de, da finde ich Antworten. Gemeindemenschen.de, das Internetportal für Ehrenamtliche in Kirche und Diakonie.